Mit der Masterline Source 3 hat Pieger einen neuen Lautsprecher entwickelt. Die elegante Standbox ist kleiner als der MLS 2, aber genauso als Linienstrahler konzipiert. Vier Benchen-Mittelhochtöner sorgen für einen räumlichen und detailreichen Klang, während zwei 180 mm Tieftöner und Passivmembranen für das Bassfundament sorgen. Das Besondere der MLS 3 liegt bestimmt im Mittelhochtonbereich, wo wir uns der Theorie der Linienstrahler betätigt haben und diesen als Dipol ausgelegt haben. Das bedeutet, dass der Schallanteil zu gleichen Teilen vorne wie hinten abgestrahlt wird. Wir haben uns bemüht, dass die MLS 3 in jeden Wohnraum passt. Das heisst, wir mussten das Ganze ein bisschen verkleinern und dadurch wurde spezielles Augenmerk darauf gelegt, dass wir die Treiber auf das kleine Volumen des Bassgehäuses angepasst haben. Fazit Die MLS 3 ist klanglich absolute Spitzenklasse. Sie verbindet höchste Feinzeichnung mit überzeugendem Raumklang. Darum hat man, wenn man die Augen zumacht, wirklich das Gefühl, in einem Konzertsaal zu sein. Die MLS 3